Twilight Star Kellen Lutz und seine Frau Brittany werden zum zweiten Mal Eltern Das verkündete das Paar mit einem süßen Instagram-Video, Twilight Star Kellen Lutz, 38, wird zum zweiten Mal Vater. Das teilten er und seine Frau Brittany via Instagram mit. Der Schauspieler veröffentlicht ein Video, in dem er von seiner Liebsten mit einem positiven Schwangerschaftstest überrascht wurde. Dazu schreibt er unter anderem Gott ist gut und Babys sind die Besten. Das Paar wurde im Februar 2021 mit Töchterchen Ashton zum ersten Mal Eltern. Punkt. Ein Jahr zuvor gab Lutz bekannt, dass seine Frau eine Fehlgeburt erlitten hatte. Kellen Lutz, rührendes Video für die Baby-News, seine Frau Brittany Lutz, Moderatorin und Model, Postet das identische Video ebenfalls auf ihrem Instagram-Account und schreibt dazu, Manche sagen, wir seien verrückt. Wir sagen, wir sind verrückt und gesegnet. In dem Video ist zunächst ein Test mit der Aufschrift schwanger zu sehen, anschließend der Schauspieler, wie er von der Nachricht auf dem Sofa überrascht wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen, wie er von der Nachricht auf dem Sofa überrascht wird. Wir sehen, wie er von der Nachricht steht. In dem Video ist zunächst ein Test mit dem Sofa überrascht wird. Wir sehen, wie er von der Nachricht auf dem Sofa überrascht wird. Wir sehen, wie er von der Nachricht auf dem Sofa überrascht wird. Untertitelung des ZDF, 2020